Das auf Bayerisch sagen, das kann ich so einfach. Yo, da bin ich wieder. Zurück mit einer neuen Folge, meine Single Let's Plays. Und ich habe ja letztes Mal gemerkt, ich brauche doch so einen Biofuel Generator. Und deshalb werde ich mir mal schnell hier noch ein Schwert craften. Noch ein Buch kann ich mir auch nicht craften. Verdammt, ich würde gerne die Sachen ein bisschen verzaubern, bevor ich in die Hölle gehe. Weil ich werde jetzt in die Hölle gehen und da ein paar Blaze Rods besorgen, weil die brauche ich hierfür. Ne, guck mal hier, zwei Stück, ey, alter. Und da muss ich auch noch ein Rubber Tree finden. Oder ein Ball of Glue. Hier, Willow Zeppling. Ne, ein Ball of Glue muss ich finden. Oder eine Rubber Bar. Oder Rubber Wood. Ja, so einfach ist das. Aber ich werde jetzt gleich erstmal in die Hölle gehen und mich da ein bisschen umschauen. Und deshalb droppe ich erstmal den ganzen Kladderadatsch hier irgendwo. Hm, verdammt. Hier ist schon sehr viel drin. Äh, so, den Treibsand schmeißen wir mal mit hier hin. Für den brauchen wir dafür was eigenes. Ne, den legen wir mit hier unten rein, nicht? Äh, die packen wir hier hin. Obsidian, Obsidian hier, Hümmel. Soll ich mir eine Obsidiankiste leisten, Hümmel? Ja, ne? Ja. Brauche ich auf jeden Fall. Muss jeder haben, Obsidiankiste, obwohl da nie viel drin sein wird, nehme ich mal an. Äh, ich schmeiß mal hier eben das generelle Crafting-Zeug hier so rein. Oha, muss ich aufstoßen, WTF, ey. Äh, und die Diaz soll ich nochmal kurz mitnehmen. Und die Stöcke auch. Weil ich sollte mich natürlich ein bisschen vorbereiten. Und dann nicht mit hier so abgeranzter Scheiße runtergehen, ne? Sooo, zack, ne Pickaxe, ne Schaufel brauche ich eh irgendwann später wieder. Und ne Axt. Ne, ne Axt nicht, die ist nur Taco. Sooo, die kaputten angeranzten Sachen lasse ich hier. Ne, war? Äh, das lasse ich auch hier. Glasblöcke habe ich hier vorne. Mäh, 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 mäh. Und den Restchen schmeiß ich jetzt hier rein. Die ist auch da. Ja, guck mal, zack, 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 alles rein. Äh, was zu essen habe ich. Äh, einen Eimer. Mit Wasser. Nehme ich mal mit. Raspberry Bush brauche ich jetzt noch nicht. Äh, zu essen habe ich, ich würde sagen, fast genug dabei. Nehme ich noch was mit. Ach komm, hier noch drei so Äppel. Dann muss aber auch gut sein. Und jetzt verwandle ich mich aber, bevor ich das, äh, Portal betrete, mal lieber in eine Fledermaus. Ich weiß ja nicht, was ich darin abkomme. Guck mal, das ist ein Creeper. Für einen Wichser. Der wollte sich bestimmt in die Luft sprengen. Oh, kurz bevor ich, wenn ich durch das Portal gegangen wäre, so. Als Hakler danach. Bam. Tod so. Geil. Hätte ich richtig hart gefeiert. Wenn der Sparco Creeper mich getötet hätte. Oh, Downloading Terrain. Okay, 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 okay. Hier war ich ja schon mal. Wie ist das? Seid ihr aggro auf mich? Nö, sehr gut. Kann ich euch hier in Ruhe klauen. Ich bin nur hier, um eure Rohstoffe zu nehmen. Und euer Land zu verwüsten. Für sonst anderes nicht. Seid ihr da cooler mit? Sehr geil. So, kommt Hey Glow Stones. Jetzt ist das kurz geleckt. Das wäre im Grund auch immer. So. Okay. Komm her, komm her. Komm her. Komm her. So. Finde ich echt cool, dass ich immer noch so einen Nitrado-Server habe. Hierfür. Haben die mir einfach mal für ein Jahr gegeben. War voll nice von den Jungs. Und größer an den Alex, ne? Der kann mein T-Shirt auch für Gamescom. So. Oh, da ist das Portal. Ist es genau? Ja, eine Mitte von den drei Punkten. Ich werde mich ja wohl nicht so verirren, oder? Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Hellbark Wood. Was kann man damit machen? Ist das geil? Vielleicht brauche ich das ja für irgendwas. Ich meine, kann ja sein. Schieß jetzt nicht auf mich, so dämlicher Creeper. Finde ich überhaupt nicht lustig. War das das hier? Oh, Efeu. Geil. Kann ich das mitnehmen? Ne. Leider nicht. So, was kann man hier mitmachen? Usage. Da kann man einen Part Builder draus bauen. Ist ja toll. Vielleicht irgendwas Spezielles? Kann man irgendwas Geiles draus machen? Zormel. Zordust. Kann man mit Zordust machen? Kann man zu Compressed Zordust machen? Ah, okay. Kann sich quasi eine Bahn. Das wäre auch geil. Eine automatisierte Baumfarm. Die dann hier die Kohle produziert. Könnte man auch mal in Angriff nehmen. Aber egal. Damit beschäftige ich mich später. Denn ich bin erstmal hier, weil ich Blaze Rods brauche. Was ist denn das für ein Block? Ach, das ist so ein Bienennest, ne? Hive Block. Kann ich die vielleicht provozieren, dass die Bienen dann die den Gast angreifen? Das wäre geil, oder? Das wäre geil. Aber wenn ich hier bin, nehme ich natürlich auch direkt noch... Wo bist du? Was willst du? Aua, eine Wespe ist da doch noch. Geil. Jetzt kann ich mich in eine Wespe verwandeln. Kann ich auch stechen? Mit ihrem Dia-Stachel? Will ich mir erstmal abfeilen. Ach, da bist du also, ja? Du Ficker. Ach guck mal, lol, noch getroffen. Wie habe ich das denn gemacht? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Ich stand ja wohl nicht mal in der Nähe. Okay, Magma-Slime. Tod ist er. Noch ein kleinerer Magma-Slime. Ach, man verwandelt... Kriegt man die dann alle? Ja, lol, auch die kleineren. Das ist ja cool. Aber egal. Zurück in irgendwas Fliegendes. Jetzt bin ich meine Wespe eine ganze Zeit lang. Das ist auch geil. Das ist alles wahrscheinlich dieses Hellbark Wood, nehme ich mal an. Oh, das ist doch bestimmt was Besonderes hier, ne? Das sieht schon so aus. Kann man doch nicht mitnehmen. Ah, guck mal, eine Schwefelwolke. Irgendwofür konnte man die gebrauchen? Ich weiß es noch nicht mehr, aber die nehme ich mal mit. So. Seltene Sachen nehme ich immer gerne mit. Und das ist, glaube ich, selten. Ich weiß es nicht, aber... Ich habe zumindest noch keine gesehen bisher. Komm her. So, komm her. Komm mal schön her. Kann man den auch mitnehmen? Ne. Toll. Kann man trotzdem durch. Merkwürdige Welt. Seid ihr, das ist auch noch mal eine Schwefelwolke, ne? Habe ich wohl vorher schon gesehen, ich nab. Äh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das ist ja so ein komischen Baum. Du hast einen schönen Hut. Den hätte ich gerne. Vaccinieren auch. Was ist da denn? Was ist da denn? Ein Imp. Lol. Greift der mich an? Wehrt der sich? Wo war jetzt die Fliege? Achso, weil er mich gehauen hat. War ich das selber? Oh, guck mal, ich kriege... Ach, jetzt bin ich ja so einer. Oh, 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 oh. Okay, Spider. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab. Die trifft mich gar nicht so gut. Was ist denn hier los? Alter. Alter, was ist denn hier los? Seid ihr behindert oder was? Oh, oh. Das war wohl alles andere als gut. Oh, 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 oh. Stirb. Und ich regeneriere auch gerade gar nicht. Oh. Alter. Oh. Gut, dass ich die Diaries hier anhabe, sonst wäre ich schon lange, lange tot. Oh. Wo ist hier jetzt noch einer? Und ich muss schnell nicht was Fliegendes verwandeln und weg hier. Und erst mal reggen. Hallo? Nimm noch die Wespe. Nein, ich esse auch noch echt dämlicher Vollidiot, Alter. Respawn, ey. So ein Abfuck. Und jetzt bin ich hier? Ah, ich hab mein... Oh, nein. Ich hab mein Bett noch nicht benutzt. Brauch mir nicht ein Horst. Jetzt bin ich wieder hier oben. Toll. Ich hätte ja nur sterben brauchen, um mir ein bisschen Lava zu holen. Kann ich mir nur merken. Hau ich das Bett kaputt, dann komm ich wieder dahin. Geil, ne? Äh, ja. War klar, dass ich jetzt sterbe. Jetzt muss ich erstmal finden, wo ich gestorben bin. WTF, ey. Da unten in der verfickten Dreckshöhle. In der Hölle. Höhle. Gut, ist eine Höhle, aber... Ist trotzdem auch eine Hölle, irgendwie. So mit Lava und Imps und Spinnen wollen wir noch mehr draus werden, wenn man drauf war. Oh, das ist ein Albtraum. Das ist ein Albtraum gewesen, Leute. Das ist wirklich ein Albtraum gewesen. Ah, nee. Komm, da sind vier Skelette. Die one-hitten mich. Ich hab jetzt nix. Weißt du? Und dann der Creeper da. Wie scheiße der da noch geguckt hat. Ich baue zwei Endermänner. Ich baue doch so nötig Enderperlen. Na, vielleicht sind die ja später auch noch da. Vielleicht lungern die gleich noch da rum. Wenn ich meine Sachen wieder hab. Wenn ich da mal zu Hause ankommen, Mann. Gibt es nicht. Los. Fliegwespe. Ist bestimmt anstrengend, so. Wenn man so schnell mit den Arm wedeln muss, irgendwie. Aber die sind's ja gewohnt. Die kennt's ja nicht anders. So Wespchen. Äh, komm her. Lass mich hier rein. So. Seht ihr? Holztür? Leule. Biene ist zwei breit. Wegen ihren schäppigen Flügeln. Lass mich da jetzt da rein. Komm, mach klein. Danke. Ne? Danke Türschließer, dass du hinter mir die Tür zumachst. Okay. Dann werden wir jetzt hier unten mal. Meinen Todespunkt suchen, ne? Und ich glaube, er ist da. Hier drüben irgendwo. Ich hoffe nur. Oh, gut. Ich hab schon gedacht, der hätte auch noch. Spinne? Oh, ich hab gedacht, er hat vorher jetzt mit einer Spinne verwechselt. Ich hab schon gedacht, der hätte auch noch meinen Grabstein zerstört. Das wäre natürlich katastrophal gewesen. Schneller alles anziehen. Trophy. Zombie Pigman. Oh, oh. Du blöde, vermaledeites Mistvieh, alter. Du brauchst jetzt gar nicht so schäppig abhauen hier. Ne, ne, ne. Also so geht's nicht. Das lass ich nicht mit mir machen hier, Kollege Bratwurst. Sind die jetzt noch Piste auf mich? Ne, nur die Kackspinnen sind Piste auf mich. So, was sind das denn für welche? Flamestring. Hallo? Da hab ich drauf gemacht. Usage. Fuse Wood Bow. Ach, dafür braucht man Flamestring. Okay. Ach, und dann gibt's noch die verschiedenen Hölzer als, als... Ah, okay. So langsam check ich's hier unten. So, was wollte ich hier? Ich suche immer noch nach Blazerod. Was ist das denn hier? Ghostwood. Ne, war natürlich auch mit. Hört sich, hört sich wichtig an. Was ist das hier? Magma Cream. Kann ich meine Nachos drin dippen? In der Magma Cream. Die ist so, so scharf. Die nennt sich Magma Cream. Geil, ne? Äh, komm her. Du auch. Oh, und du auch noch hier. Geht zum Glück schnell, hat Holz. Selbst im Fliegen ist halt schnell. Und den auch noch. Geht nicht kaputt? Aua. Oh, was ist das denn? Burning Blossom. Und da ist schon wieder so ein Ficker. Spawnen die hier neu, oder was? Ne. Aua. Was greift mich denn an? Ich hab eh ein Gift drauf, oder sowas, ne? Oh, no. Oh. Gut. Überlebt. Witherward. Aber wodurch hab ich das jetzt bekommen? Guck mal, Imp-Leder. Kann man da draus machen? Äh. Wo ist es da? Ma. U sollte man auch drücken. Ah, aus zwei Imp-Leder kann man normales Leder machen. Geilo. Das ist gut. Ich glaub, der ist hinter mir her, ne? Ja. Der ist relativ angepisst, so. Der wird nicht komisch. Da weißt du, der hat sich wahrscheinlich vorhin mal im Gesicht gemerkt. Der eine da. Okay. Äh. Burning Blossom. Ach so, wenn ich die kaputt schlage. Nein, jetzt sterbe ich. Oh, kann man, konnte man das hier in der Aschewolke ersticken, das Feuer? Oder kann man einfach nicht sterben dadurch? Hm. Okay. Von der Burning Blossom lass ich meine Finger. Ich hab's verstanden. Äh. Was ist das denn hier noch? Ghost Wood. Fliegen wir mal hier erstmal die Rände ab, was hier alles so wächst und gedeiht. Blue Glow Shroom. Boah, das hat ja für ein Geschrei hier, Alter. Was war das? Oh, Kobalt Ohr. Kann ich das hiermit gar nicht abbauen? Oder dauert das so lange? Äh? Really? Ach. Wo kann ich nicht abbauen? Komisch. Steh ich nicht. Ich weiß nicht, wo mich ich dann abbauen kann, wenn ich mit einer Diapick X. So, was haben wir denn noch hier? Leute, ihr wisst schon, dass ich Blaze Rods brauche, ne? Hm, 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 hm. Leute, ich brauche Blaze Rods. Ah, guck mal hier. Da ist so ein Wespen-Ding. Ich würde ja gerne mal rein. Oh, Honey Block. Hm. Was kann man denn da mitmachen? Kann man den irgendwo hinstellen? So eine Pigment Zombie Trophy. Toll. Wieso gibt's heute nicht für was anderes? Aua. Was willst du? So eine Scheiß. Nur weil ich hier euren Bau angemacht habe, oder was? Tainted Saw. Die nehme ich auch mal mit. Bin gerade hier voll auf Entdeckungsreise und nehme einfach alles mit, weil ich nicht kenne. Geil, ne? Was haben wir hier noch so? Oh, guck mal hier. Unter mir ist eine Fortress. Und da ist eine Blaze. Ja, hallo. Aua. Nein. Oh, gut. Ich sollte vielleicht mal, kann ich den Honig so essen? Ah, ne, ist leer. Wieso sind denn leere Honigkammern? Ich wollte doch volle. Das ist doch blöd. Okay. Muss mir erstmal ein bisschen recken hier, ey. Weil die ist richtig sauer. Also, ich will jetzt nicht verkacken gegen die, ne? Die blöde Blaze. Komm, schieß. Aua. Dann triffst du mich trotzdem, weißt du? Okay. Die habe ich. Bin ich jetzt in Blaze? Ah, kann ich auch mitfliegen. Sehr gut. Und, ah, aber der Qualm nervt leicht. So, der mich nicht erkannt, dass ich, dass ich eine Blaze, dass ich, eine Blaze, äh, dass ich ein Spieler bin? Ah, zum Glück verpacken die nicht viel, ey. Bauen nur eine Blaze, Rod, Freunde, ehrlich. Ich brauche doch noch eine. Ah. Boah. Boah, was habe ich denn von dem jetzt gekriegt? Da gibt es das ja wohl nicht. Habe ich die Brightness auf volle Dutsche? Ne. So. Muss ich auch mal was sehen, ey. Ah, besser. Viel besser. So, kommt, Leute. Ich brauche noch eine Blaze. Wo sind, wo verstecken sie sich? Blazchen? Wo seid ihr? Boah, mit dem Qualm ist irgendwie nervig. Aber das heißt auch, man wird zur Eile angetrieben. Also ist wieder gut. Wo ist noch eine Blaze? Mini-Pigment-Zombie. Ah, hier die Wither-Skelette, ne? So. Tot. Weg, Bisse. Aber ich will gerne eine Fledermaus sein. Das ist immer noch am geilsten. Das ist mal schön klein. So. Ah, Mann. Ah, komm, eine Blaze noch, Freunde. Bitte. Was ist das hier? Oh, Blaze. Blaze ist, Blaze ist das nicht mehrere. Aber irgendwie war da wieder keine Blaze-Rod bei. Diesmal aber. Ja. Komm. Gib's her. Okay. Ich bin gekommen wegen den zwei Blaze-Rods, ne? Wegen diesen Dingen hier. Dann gucken wir nochmal. Ich brauch zwei Blaze-Rods nur. Ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Und Rubber-Tree muss ich jetzt noch finden. Okay. Dann geh ich jetzt da raus. Und hol den Rubber-Tree. Ich komm mal aus der Richtung. Gefühl zwar irgendwie nicht, aber... Ich lass mir mal den Blaze-Spawner da. Okay, ja, ich geh ja schon. Oh, was ist das denn? Gravestone. Geil, den nehm ich mal mit. Kann man sich schön oben aufs Dach machen, wenn man eine Kirche baut. Hat man schon mal ein Kreuz. Äh, hier kam ich irgendwo her. Da sind auf jeden Fall die drei Punkte irgendwo. Nicht? Obwohl, ich glaube, ich bin anders geflogen, aber... Die Hölle ist echt so eine schöne riesige Höhle, wo man so durchfliegen kann. Finde ich gut. Besser geht's doch gar nicht. Okay, als Spieler-Avatar, ne, als Spieler-Form, wäre dieses Ding jetzt schon hartnervig. Oh, oh. Etwa so klar. Es ist so klar, weißt du? Muss er das jetzt nochmal treffen? Weißt du, du bist doch auch so ein Ficker, ne? Ich töte dich jetzt, du Bastard, ey. Du verfickter Bastard. Gibt es nicht, ey. Sitze ich jetzt hier fest? Oh, yeah. Ich sitze hier fest. Das ist nicht gut. Da muss ich mir wohl was überlegen. Und da werde ich mir was zur nächsten Folge überlegen. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.